Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ella, ich weiß, wie schwierig die Situation für euch ist, aber ich kann die Sachen für euch nicht ausfüllen. Also bitte, tu mir den Gefahren. Tu uns den Gefahren. Okay? Danke. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020